Und damit willkommen zurück zu Warhammer 3 Total War Oga-Kampagne. Ich kann da nicht oft genug drauf drücken, ne? So, was bauen wir? Wir haben hier einmal den Goldzahns Zolltor. Und ich habe mal gesehen, Katai hat so Handelskarren und so. Mann ey, das kommt davon, wenn man sich nie informiert. Also ich will das ja auch nicht, aber meine Güte. Oga, was habe ich denn hier sonst noch? Wachzelt, zwei Knobblas. Gott sei Dank, zwei Knobblas. Wachstum 10, das wäre alles praktisch, aber ich glaube wir brauchen Kohle. Weil wir spielen auf schwer, das darf ich nicht vergessen. Und ich glaube hier unten, ich meine, es ist ja, es lässt sich ja alles jetzt gut verteidigen, ne? Es lässt sich alles gut verteidigen. Entweder machen wir runter Kontrolle, Korruption minus zwei. Ich glaube Kontrolle ist wichtig. Oh, generiert Fleisch, Einkommen aus allen Gebäuden minus 50. Das ist krass, aber gilt das denn für die ganze Region? Für die ganze Region? Okay, dann müssen wir uns so Fleischlager bauen, ne? Ich glaube wir machen mal Kontrolle. Wir brauchen immer ein Kontrollgebäude. Ah, guck mal! Hauptbohlen, Doppelwaffen, sehr gut. Sehr schön. Knobblasuchgerät, Einkommen durch Überfälle. Dann machen wir jetzt mal Nahkampf. Und, ähm... Wir gucken, was wir brauchen, um die Provinz jetzt hier noch zu befrieden. Erfolg und Ruhm erwachsen stets aus Geld. Wenn euch die Mittel fehlen, um eure Armeen zu unterhalten, werdet ihr eure Feinde nicht bekriegen können. Versucht euer Einkommen zu erhöhen. Ja, aber wenn ich... Ach, das... Warte mal, das ist eine Ruine. Das ist doch 100%ig Skaven drin. Komm, wir gehen jetzt erst mal da runter. Wir können uns hier da reinstellen und dann so ein Lager machen, oder? Äh... Können wir damit auch quasi Fleisch machen? Ne, jetzt müssen wir das hier machen, ne? Äh... Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten dafür. Schlagt ein Lager auf. Au! Ich soll ein Lager aufschlagen. Schatzkommablos 500. Vergrößert eure Streitkräfte. Und Lumpenbanner. Und dann haben wir noch das. Okay, weiter geht's. Habt ihr das gehört? Ich glaube, ich hab irgendwas gehört. Oh ja, ich hab's gehört. Hab jetzt gehört. Yes, yes, Master. Ich... Ratsank. Skaven. Ah, da sind sie, die kleinen Ratten. Yes, yes. Ich wusste es. Master, yes. Precious. Oga-Things. Was brauchen wir denn jetzt hier? Stimme ihres Meisters. Ähm... Immun gegen Psychologie für Säbelzahnrohle. Ach ja, das ist das Säbelzahnrohle-Ding hier. Ach, der ist das. Machen wir mal den hier. Vorstellung. Dann können wir auch die anderen Sachen machen. Hier, Lager errichten. Kostet 2000. Machen wir mal. Krimspitzelager. Guck, und wir können auch Sachen bauen. Die Frage ist, bleiben die permanent bestehen? Verlust der Schenkungsrate 2%. Unterhalt für alle Einheiten im Lager. Minus 20%. Da muss man aber aufpassen, dass wenn man das Lager abreißt, sich auf einmal am Miesen ist. Das ist aber auch krass. Ich glaube, das wird sich in der Chaoswelt richtig... Was ist das denn hier? Fleischer. Fleischer bestieren. Hier, Fleisch plus 4%. Führerschaft in allen... Lagerwachstum... Lagerwachstum, also... Ich kann ja mal was bauen. Ein Ding. Und dann testen wir das mal. Machen wir mal das mit dem Fleisch. Ihr könnt eure Lager ausbauen, damit sie eure plündernden Truppen besser unterstützen. Ach, da sind Truppen drin. Okay. Set is very nice. Ich stell mich schon mal hier hin. Nee, das macht nix. Ist das hier noch besser? Nee, ist auch nicht besser. Oh. Ja. Handel ist immer gut. Da müssen wir uns jetzt mal drauf konzentrieren. Ich muss jetzt auch sowieso mal gucken. Ich habe gehört, dass auf Schwerspielen tatsächlich... unser legendär... Also, dass das alles sogar noch schwerer geworden sein soll. Also, ich... Ich hoffe, das war kein Fehler auf Schwerspielen. Ach komm, das wird schon gut gehen. Machen wir die weg. Gehen wir wenigstens langsam drauf zu. Ja, plündern wir ein bisschen. Guck mal, wir kriegen ja trotzdem, äh, Verstärkung. Noch mehr? Ah. Mehr Geld ist immer gut. Oh, noch ein Handelsabkommen. Wir haben noch der Handelslord hier. Wo ist dein Name freigeschalten? Okay. Verlustverstärkung ist noch auf 5%. Die Blot-Beziehung mit... Okay, das ist glaube ich auch wichtig. Ähm, alles in den Köchern. Munition 8%. Geschossstärke ist ganz gut. Können ja so weitergehen, ne? Mit dem Plünderdingens. Ah, nein, 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 nein. Egal, was weiß. Wie der Pferd. Clan-Morzippe. Ja, ich brauch das. Alter, guck mal, wie viele das sind. Mann, ey. Komm, das schaffen wir. Das sind doch nur Ratten. Berühmte letzte Worte. Ist mir scheißegal. Kein Problem. Wir belagern die aber. Ja, wir machen das Maximum. Und bleiben so. Ich weiß nicht, das lassen wir jetzt mal so. Das war jetzt mal der Test. Wir können das Lager auch immer stehen lassen. Wir können nur... Jede Ami kann nur einspauen. Das ist halt teuer. Ja, wir haben ja nichts. Oh, sehr schön. Noch mehr Handel, bitte. Knoblapprothesen. Und der Knoblapprothesen. Aber acht Runden, okay. Oh, minus 50 Rebootinuskosten. Aber was machen wir denn hier? Sollen wir so ein Opfer machen? Naka-Fangriff. Zehn Runden. Machen wir mal. Und wir hatten ja hier noch was anderes. Warte mal. Großer Name. Ach, das war nicht er. Das war der andere. Ach, wir sind da. Hier, Handelskönig. Handelseinkommen 4%. Einkommen aus allen Gebäuden 10%. Lokale Provinz. Nur da, wo er ist. Äh, hier haben wir sonst nix. Unterstützung haben wir noch. Knochenstandarte. Ach, haben wir drin? Bauer können wir auch noch rein machen. Hä? Wir können doch... Aha, ich wollte gerade sagen. Bauer! Dass sie mich aber schon sehen. Aber wahrscheinlich weiß ich, wo die Ogre sind. Ach komm, wir gucken uns das jetzt an. Ich will wissen, wo die Blagonsschlachten so sind. Was ist los? Ich kann nix machen. Nein, nein, das wird... Ah, hier! Was ist denn jetzt los? Blendet alle Ratschläge und dazugehörige Ereignisse vor mir in einer Runde aus. Oh nein, ey. Sag nicht, dass der Berater irgendwas will. Nein, irgendwas stimmt nicht. Oh, ich glaube, irgendwas haben wir verkackt. Dieser scheiß Berater. Ich kann den aber auch nicht. Oli, du bist der alte Armee. Ja, toll. Du gehst in mein Auto. Soll ich ein Diplomantierabkommen schließen oder so? Aber haben wir ja schon. Und das ist neu. Tja, ganz ausknipsen geht halt nicht. Ich glaube, ich lade mal. Wo ist denn der letzte Safe? 16.07. Ich wette, irgendwas ist irgendwas mit der Belahrungsarmee gewesen. Weil die zündet nicht. Wenn man drauf drückt und versucht sie zu bewegen oder anzugreifen. Es geht um eine Liste von Bugs, die sie schon aufgeschrieben haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dazu gehört. Komm, dann greifen wir jetzt direkt an. Dann haben wir das gelöst. Ermöglicht magische Angriffe. Dann nehmen wir mal, äh, unseren... Der macht aber bestimmt schon magische Angriffe. Das war's egal. Mannhafte Niederlage. Als ob. Oh, warte, Moment. Wir sind doch nicht bereit. Pass auf, Wettnis muss ich nochmal hier... Äh, wo ist es? Äh, wo war es jetzt doch nochmal? Ach, ist schon... Ist schon an. Ach, guck mal. Ich will jetzt mal rausfinden, ob das jetzt wirklich nicht geht. Ich speichere hier ab. Ach, egal. Komm, wir machen das jetzt. Scheiße auf. Wird schon schief gehen. Oh Gott. Ich brauche noch mehr Gnoblas. Ich glaube, wir müssen versuchen, so schnell möglichst die Türme platz zu machen. Guck mal, da kommt ihre Verstärkung rein. Guck mal, die Verstärkung kommt auch in die Stadt. Und nicht irgendwie von außen. Oder steht schon da. Das ist auch wichtig. Also, ich finde das bis jetzt ziemlich cool. Ich bin gespannt. Yeah, guck mal. Alter, ist das geil. Ist das cool. Ach, guck mal, das sind die Außenlänger. Und das ist die innere Mauer, oder was? Alter. Guck mal, hier ist Licht. Ach. Ach, hier bleibe ich. Okay, was machen wir denn jetzt? Scheiße auf die Tour. Okay. Wir müssen die Fahne einnehmen. Die ist wichtig. Hier haben wir zwei Zugänge. Und hier haben wir einen schönen breiten Zugang. Also, ich denke mal, wir müssen hier rein. Das sind Skaven. Die können wir locker durchbrechen. Ich tue aber die Noblers nach vorne. Die Noblers gehen durch. Ihn lassen wir nach hinten. Braune Einheiten auf braunem Untergrund. Super. Okay. Und dann gehen wir durch. Würde ich mal sagen. Würde ich das Spiel ja gerne heller machen. Ich probiere mich das Tour. Und wir sind auf einer Winterkarte. Guck mal, ihr habt eine Leertaste drücken. Und dann kann ich die Sachen hier ein- und ausblenden. Oh, richtig gut, ne? Jetzt haben wir diese Einer in Silhouetten nicht mehr. Danke nochmal dafür. Das war ein richtig guter Tipp. Los geht's. Ah, guck mal da. Aber wir werden das schon schnell einnehmen. Wir schaffen das schon. Aber wir gehen da durch. Wir müssen super Agro sein. Da sind sie. Sind sie nicht niedlich? Oh, da kommt die Skaven-Trötel. Mit ihren scheiß Steinschleunern. Als wenn die mir irgendwas tun würden. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin komme. Die Reichweite ist jetzt auch nicht so ne, ne. Okay, los geht's. Slow-mo. Sekunde. Guck mal, die Oga haben die Gnoblas überholt. Komm jetzt einfach durch. Was soll die denn schon machen, die Skaven? Scheiße, die Skaven. Scheiße, die Skaverträger. Scheiße auf Planung. Da ist eine Mauer. Gehen wir mit ihm nach rechts. Egal, voll rein. Und los geht's. Sie kämpfen gar nicht. Sie laufen einfach nur. Ranklatschen. Immer weiter, immer weiter. Ja. Der Armee-Fluch kommt mal hier drauf. Sehr gut, sehr gut. Weiter Druck machen. Sehr schön, sehr schön. Und du bist da rein. Er kann ja hier bei denen bleiben. Der hat ja auch, äh, den Radius. Ah ja, ist vielleicht kaputt. Iron Guts. Iron Guts. Iron Guts. Iron Guts. Uh-huh. Iron Guts. I want it all. I want it now. Ich gehe da aufprügeln, sehr gut. Immer weiter, meine kleinen Orks, sehr gut, die rechte Flanke wird entratet. Alter ist das episch, ist das episch. Wir gehen mal flankieren jetzt hier, wenn es funktioniert. Die Noblast sind aber auch echt erste Sahne. Ich komme auch überhaupt nicht zu den Fähnchen hier. Boah, die werden aus ihrer eigenen Burg gedrängt, die Noblast machen das hier, ey. Okay, erste Sahne. Hinder jetzt. Sehr gut, wir nehmen es ein. Ach, das ist ein richtiger Boss, nicht nur... Umgerannt. So, sehr gut, das haben wir gleich. Ah, war ja klar. Noblast, nein! Halt den Stand! Wir brauchen Verstärkung für die Noblast! Ach guck mal eins, was ist mit denen los? Die haben die einfach verfolgt, guck mal und prügeln hier rum. Da machen die nix! Nix! Alter, der Ogre! Haben wir denn schon mal einen toten Ogre gesehen? Oh Mist, jetzt zaubert er mal. Aber nur auf unsere Knobblast. Okay, das hat sie auch erledigt. Hier müssen wir jetzt mal helfen. Oh, die haben wir mal... Hier sind bestimmt schon welche... Nein! Tote Ogre! Es ist möglich! Das Spiel läuft so gut. WM2 läuft nicht so gut. Bei mir auf jeden Fall nicht. Sehr gut! So muss das sein. Immer noch nicht tot. Man erkennt die kaum, ne? Guck mal, wie getarnt die sind. Die sehen aus wie kleine Ratten. Die Noblast. Guck mal, er kommt nicht weg. Wird nur rumgekickt. Komm, werf was drauf. Gib mir mal so einen kleinen Speer. Komm! Noch einen los! Müssten wir hören, wie das reinschlägt. Ach Mist, ich muss weiter. Okay, es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen aufpassen. Was mit denen da hinten? Sind die noch existent? Die ziehen sich... Nee, sie... Die sind immer... Nee, sie ziehen sich zurück. Nein, sie kämpfen, oder? Sie kämpfen immer noch. Die sind überall... Okay. Wir müssen jetzt gucken. Wir müssen jetzt zur Hauptfahne durch, oder so. Oh, oh, oh. Die teilen das ein bisschen auf. Oh, 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 oh. Ja. Die haben sie auch schon wieder aufgelöst und rein da. Meine Einheiten hängen einfach fest bei den ganzen Ratten, die dazwischen hängen. Weiter geht's, Speckos! Sehr gut, er jagt einfach die Äußeren. Alter, Rattenkloppen und das, und zwar kein Beifall, ey. Klatschen, meine ich. Noblass! Oh Mann, die will Kamera hier. Los, rein! Oh, ein leichtes Prickeln. Mehr habt ihr nicht gespürt. Sehr gut. Sehr gut. Hin da. Komm, hin da jetzt. Obern wir das Kack-Ding. Ich glaub, bevor wir alle Ratten getötet haben, sind wir tot. Guck mal, da ist... Das ist ein anderer Boss, glaub ich. Müssen wir uns sammeln, ich weiß nicht, wo die ganzen Leute sind. Und da ist was. Okay, VFX. Ja, also die Zauber, die ruckeln schon, aber sonst... Dann ziehen sich Ogre zurück. Es sind ja noch fünf Leute, ihr könnt alles töten. Alles! Bumm, Bumm. Guck mal, die Ratten sind sogar schon in der Luft gestorben hier. Gut, ne? Das sind ja nur billige Ratten, wenn die mit den Hellebarden da sind. Ich glaub, das würde anders aussehen. Ich geh, das haben wir. Jetzt müssen wir wieder kämpfen. Wir machen jetzt nur noch einen großen... Ach, da ist ja noch eine Pfanne. Einfach rein. Ogamob! Wartet auf mich! Roll, roll, roll! Schieb schneller, ihr kleinen, faulen Knobblers! Mist! Hoffentlich wird das jetzt keine... Okay, die fliehen schon wieder. Okay, weiter, weiter. Guck mal, der hat sich aber gut gehalten hier. Alter, ich freu mich schon ins Chaos-Reich zu gehen mit den ganzen Ogern. Einfach weitergehen, ignoriert die zurückziehenden Truppen. Ich glaub, eigentlich würden die Skaven noch ziemliche Vorteile haben, weil ich meine... so viele kleine Sperre wie auf die Ogre einstechen. Das ist der Warlock. Warlock-Meister. Nein! Wir haben es sogar jetzt gesehen! Wir haben vielleicht noch weniger, wenn wir die Siedlung erstmal, ähm... ... 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 Alter, jedes gelben Siedlung angreifen wird, ist jetzt noch schlimmer als vorher. Also da muss man sich ja wirklich vorkämpfen oder langsam kämpfen. Nein, nein! Juk und Bluk sind gestorben! Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Ach, cool. Also, dass ich das mal zu einer Belagungsschlacht sage bei Warhammer. Guck mal, die Gnobblast, Alter! Voll die Killer! Alter, ich sag nichts mehr zu den Gnobblast. Ich meine, wer den Ogern dienen muss... Alter, die Kills. Guckt euch mal die Kills an! Scheiße! Alter! Okay, super! Sehr gut! Ich sehe gerade, ich habe meine Mikrofonaufnahme gar nicht gestartet. Aber es gibt immer so eine Backup-Mikroaufnahme. Und ich wundere, wenn sie sich ein bisschen anders angehört hat. So, mal gucken! Ist hier eine Siedlung? Das können wir einnehmen, müssen wir nicht neu besetzen. Sehr gut. Das ist eine Zwergenstadt. Na gut, liebe Leute. Halbe Stunde. Wir hören hier auf. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird, es wird. Hat zwar ein bisschen gedauert vorzurücken, aber... Das wird ja immer schneller gehen, desto größer wir werden. Und, äh, ich meine, es kostet auch Unterhalt. Guck mal, 192. Wir reißen das jetzt mal ab nächste Folge und dann gucken wir mal, ob das Zeug drin bestehen bleibt oder nicht. Weil das wäre natürlich ziemlich cool. Also, liebe Leute, ihr seid die Besten und bis dahin wie immer, haut rein! Bis zum nächsten Mal.